Hallo und ein herzliches Willkommen zu den Anime News. Diese Woche gibt es jede Menge News über Lizenzierung und Anime, die in den nächsten Seasons starten. Get ready for maximum episode, wie Pavel es eben in der Skype-Gruppe nannte. Nachdem FilmConFake die erste Staffel von Clenet mit ziemlich guter Synchronisation veröffentlicht hat, startet der Release der zweiten Staffel am 3. Juli, denn da erscheint Volume 1 von Clenet After Story. Kauft euch die Blu-Ray oder die DVD und ne ganze LKW-Ladung Taschentücher und weint. Tut es. Achso, und in der Limited Edition gibt's übrigens auch wieder nen Dango. Den will ich unbedingt haben. Universum Anime, unser allergeliebter und bester Publisher in Deutschland, was Synchronisationen angeht, veröffentlicht den 2002 erschienenen Studio Ghibli-Film auf Blu-Ray. Am 25. September ist es dann endlich soweit und der Film erhält seine HD-Premiere. Eine weitere Meldung bezüglich Anime-Releases in Deutschland kommt von Seiten Peppermint, denn Amazon listet das erste Volume von dem von Peppermint lizenzierten Remake zu Fates Day Night, also Fates Day Night Unlimited, für den 31. Juli. Ratet mehr, wer auch noch was lizenziert hat. Kaze. Langsam sind wir alle Studios durch, was? Die lizenzierten den Zeitreise- und höchste Anime Punchline. Erscheinen soll er wohl Ende 2015, Anfang 2016. Die letzten Lizenz-News der Woche kommen etwas unerwartet. Eines der größten Filmstudios der Welt, Universal Pictures, ist im Anime-Bereich eher unbekannt, nur für Pokémon. Aber jetzt haben sie zwei Anime der aktuellen Season lizenziert, und zwar Ovarinus Seraph und Arslan Senki. Das dürften bestimmt gute Synchronisationen werden. Ich muss zugeben, ich liebe Noragami und viele von euch wahrscheinlich auch, denn nicht umsonst erscheint im Herbst endlich die zweite Staffel. Heißen wird sie Noragami Aragato und wird den Bishamon Arc des Manga als Vorbild nehmen. Zu einer heißen Zeit darf auch ein Brüste- und Höschenfest nicht fehlen, denn am 6. Juli startet in Japan die zweite Staffel von Tool of Ruth Agnes. Ebenfalls im Juli geht Durararara weiter. Die neue Staffel wird Durararara X2-Ten heißen. Ich muss das unbedingt endlich mal schauen. Neues von Tokyo Girl gibt es auch, denn so wird im Herbst wohl eine OVA namens Tokyo Girl Jack laufen. Darin geht es um einen Oberschüler, der gemeinsam mit einem jungen Ermittler einen Ghoul namens Lantern verfolgt. Uiuiui, jede Menge News, was war denn da los, Leute? Diese Woche muss ich Photoshoppen. Könnt ihr die Lizenzen nicht nach und nach veröffentlichen, sodass ich das nicht alles auf einmal machen muss? Oh Gott, ich hasse Photoshop, helft mir, bitte, helft mir. Na gut, wenn ihr das hier gesehen habt, dann habe ich eh schon alles gemacht. Wahrscheinlich weine ich gerade oder so. Naja, bis zum nächsten Mal. Euer StarCaf. Ich habe das hier gesehen.